Das ist voll schwer, Klima abzubauen. Mit solchen Bedingungen. Aber, naja. Sklavenarbeit. Soll es jetzt hier noch irgendwo leben? So, wie ich sie kann, wie viel haben wir jetzt? Naja. Nicht sehr viel. Den müssen jetzt, glaube ich, brennen. Habe ich noch so in Erinnerung? Der Kronko hat ja da mal riesig gefällt. Äh, gefällt. Ja, gefällt. Aber auch Rahmschnitzel-LP haben hier gefällt. Haben den zu Subplotten, zu solchen, zusammengebaut. Und die kann man ja nicht weiterverarbeiten. Der, ähm, Rahmschnitzel-LP hat auf seinem Vorplatz einen riesigen Turm gebaut. Und der Kronko hat ja seinen Vorplatz zugekleistert. Mit dem Zeug. Da war ja auch noch ein Gast dabei. Aber ich kann mich jetzt nochmal an den Namen erinnern. Und das dauert. Haben wir noch Koppel? Koppel haben wir noch. Dabei könnten wir schon mal nähen. Wie, ist der Weizen wächst der schon? Ja, doch. Ich weiß noch, ob wir beim Hausbein so gefällt haben, wo ich das ganze Haus wieder abgerissen habe. Hier den Timmer-Mod. Ja, das gefällt mir irgendwie noch nicht. Aber ich kann den ganzen Weg nicht aus... ...Dings machen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Aber ich hätte eine Idee, wie ich's machen könnte. Wenn ich jetzt die Materialien nicht weggelegt habe. Ne, hab ich nicht. Ich könnte es... ...ähm, so machen. Na ja. Na ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es besser ausschaut oder nicht. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Sehr egal. Oder ich mach's so. Das... Das... Das wird, glaub ich, gehen. Das wird, glaub ich, gehen. Oder so. Oder so. Ich glaub, so wird's ja gehen. Ja, okay. Doch, das... Das, glaub ich... ...wird gehen. Wird schon wieder nach. Ne. Lass mir das jetzt einfach mal so. Ihr könnt's dir in die Kommentare schreiben, wie's am besten ausschaut. Welche der fünf Millionen Möglichkeiten, die wir jetzt gemacht haben. Die erste und die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die sechste oder die achtete, die neun, die zweite. Ja, doch, so kann man's einigermaßen anbieten. Naja, weil... Ich hab jetzt einfach mal in die Kommentare, wie's am besten findet. Haben wir den Kies bis dahin macht? Oder ob man den Kies bis dahin macht und diesen Stein hier, das Abgrenzung weglässt oder ob man alles mit Kies macht, ja. 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 Wie weit ist sie? Ach komm. Ist leider noch ewig. Aber wir können's schon mal nachlegen. Ja. Ja. Wir warten einfach mal und speichern schon mal inzwischen. Also danach, wenn ich endlich mal dieses Haus hier fertig habe, das da, geh mir wirklich mal in eine Höhle. Aber dann schau ich erst bei einer Kopie, Kopie. Eine schöne Höhle, eine gescheite Höhle. Dann will ich hier noch einen Hafen bauen. Hier so, der noch da hinten fährt, weil da hab ich schon ne kleine Insel gesehen. Also ne wirklich kleine Insel. Aber da könnte man auch irgendwas machen. Vielleicht ein Leuchtturm. Keine Ahnung. Und hier muss ich jetzt aufpassen. Hier darf ich nicht einfach so runter springen. Ich glaub, das überlebt man nicht. Und hier kann man auch nicht runter springen. Also hier muss man wirklich aufpassen. Aber jetzt kann man auch schnell so runter gehen. Eigentlich egal. Okay. Und das Wasser ist jetzt auch mal wieder normal. Wobei hier hat sich so ein Sumpfbiom Wasser gebildet. Ah genau. So gehen diese stone bricks. Müssten die hier heißen. Sie ist eine. Und die sehen so aus. Ja doch die Gif. Die Gifffahr mir irgendwie. jetzt soll der Ofen mal hinne machen, wir könnten auch die Produktion beschleunigen, indem man einfach einen weiteren Ofen, naja, das ist ein bisschen kompliziert, so, dann nehme ich jetzt hier die Hälfte, tue es hier dazu, ok, so, so, und die restliche Kohleball an mir hier rein, ja, irgendwie ist der Ofen falsch, Schrauben, schönheitsfehler, halt eine Station, aber naja, naja, hilft nichts, das gefällt mir auch noch nicht, da müsste noch ein bisschen Erde hin, ich glaube, das machen wir, aber ich habe keine Erde, doch, wir haben genügend Erde, äh, Erde, wir haben genügend Erde, natürlich, so, so, ja, passt, dann hier wieder rauf, hier wieder rauf, hier wieder rauf und dann, so, jetzt bei uns, wie gesagt, Downloads gibt es ab Folge 60, ich habe keinen blassen Schimmer, als das für eine Folge jetzt ist, müsste um die, ja, knappe Mitte 50 müsste es sein, 56, 57, so was rum, ja, und wie gesagt, ab 10. vielleicht schon 9. August gibt es eine Videopause, am 8. ist mein Geburtstag, da gibt es wahrscheinlich auch kein Video, ja, 15, ja, das ist ja auch ein, natürlich, und, ja, ähm, von 10. bis zum 24., ja, okay, von 10. bis zum 26. angeführt, gibt es kein Video, denn da fahre ich im Urlaub, äh, in die Türkei, und deswegen kein Video, weil ich bin ja noch kein Partner, ob das hier funktioniert, ich würde auch eigentlich kein Partner werden, ich kann ja Videos monetarisieren, aber ich mache jetzt nicht, ich mache jetzt nicht, ich mache jetzt nicht, sondern ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis, bis Zeug hier fertig wird, ach ja, 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 ja,